Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Deswegen habe ich ihn auch nicht unterschätzt. Gratulation an ihm, er hat eine starke Leistung. Wie ihr gesehen habt, war es ein schwieriges Spiel gegen Serjan. Aber ich bin sicher, dass es am Sonntag etwas anders sein wird. Wir brauchen alle Team, also kommt in die Stadion und wir unterstützen uns. Ich hoffe, dass wir uns sehen, und wir werden den Job machen.